Also ist für mich eigentlich klar, jedes Jahr eine Dauerkarte, beziehungsweise ich habe jetzt seit circa zehn Jahren, habe ich mir jedes Jahr eine Dauerkarte geholt und ist einfach Vereinsliebe, Vereinstreue, ist einfach ein Muss halt eine Dauerkarte zu haben, dass man sich nicht anstellen muss und man hat ja auch besondere Vorteile durch eine Dauerkarte. Ja und als wahrer Fan hat man einfach eine Dauerkarte, ist einfach so. Erstmal freue ich mich auf die vielen neuen Spieler, die wir bis jetzt schon verpflichtet haben und dann hoffe ich natürlich auch, dass Leistung gebracht wird und halt die Qualifikation für den DFB-Pokal im nächsten Jahr, dass wir das auch auf jeden Fall schaffen und ja, auf das eine oder andere Bier auf jeden Fall eine schöne Bratwurst dabei läuft.